Happy birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wettlog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena und ich würde sagen, wir starten sofort mit einem Wettbewerb. Viel Spaß. Okay. Oh, es sieht nach einer neuen Map aus. Ne, das ist die gleiche wie vor zwei Wochen. Ich fange an mit den Dinorex. Dinorex. Ups, da ist sogar auf der Space-Taste gekommen. Okay. Der erste Down. Und wieder einer Down. Bisschen warten. Ah, lecky, lecky, lecky. Lecky, lecky, lecky. Ah, die Sau hat mich erwischt. Ha, schade. Komm, dann geht es jetzt weiter mit dem Slim Shot. Slim Shot. Ein schmaler Shot. Hab dich. Oh, schade. Hab dich nicht. Egal. Willing am Verlieren, das ist gut. Oder auch nicht. Knapp. Ganz knapp. Fünf Kills, Unterschied. Boah. Wollen wir mal schauen, ob wir es jetzt besser machen. Ah, voll verzogen. Meine Schuld, meine Schuld. Was ist denn, bleib halt da. Ah, den Boden geschossen. Ah, ich hab ja nur noch einen Schuss. Ich dachte, ich dachte, ich hätte... Ich dachte, ich hätte meine Schüsschen... zack, weg ist er. Hab dich erwischt. Okay, dann nicht. Boah. Was? Was ist denn das hier? Puh. Noch ein bisschen nach links, aber... Einzacken wir weiter. Nach rechts genauso. Und weg ist er. Nachspielzeit. Ah, wir liegen am Verlieren. Schade. Ach, ach, ein Bein hätte ich den. Beinahe. Na gut, egal. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich weiter zur zweiten Runde. Schauen wir uns noch mal kurz ein bisschen, was wir hier gemacht haben. Oh, zwei Queste fertig. Nice. Gut. Ja, dann bis gleich. Die zweite Runde geht los. Wir haben mit denen aufgehört. Das wird schön. Das wird schön jetzt. Mit denen habe ich noch nie in der Runde gespielt. Ich stehe wieder ein bisschen verstecken hier. Warten und bam. Ich stehe wieder ein bisschen. Ach, da hinten steht auch um einer. Lol. Schüsse auf den. Ich wurde getroffen. mal nachladen dann schließt auf den dahinten haha doppelke verloren nein okay 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 nochmal mit dem der ist ja nicht gestorben aber aber nichts aber 3,2,1 zack und wieder oben zack, 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 zack okay hmmm zack und der ist auch weg ne fliege muss dagegen fliegen dann ist er kaputt ja 1,1 okay, nochmal das ganze von vorn öff tack, tack, tag, tack, 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 tack hüpf 3 sekunden warten ich habe alle angst vor mir ich gehe dann auf der anderen Seite rüber hey hey okay ah schade aber ich habe ihn auch erwischt jetzt kommt der nächste Artillerie raus laufend und feuern wo stellt man sich am besten mit der Artillerie hin vielleicht hier oben ist frei ein bisschen nach vorne noch hier ungefähr ah Mist schade 1-2 verloren egal egal weiter gehts ach der Stuhl ist kaputt hier ist ja ätzend ich war natürlich der beste Spieler dann würde ich mir sagen gehts weiter auf zur neuen Runde Quiste anschauen welche Platzierung habe ich der beste aus meinem Team Judy dann bis gleich und die dritte Runde geht los wir haben mit der Artillerie aufgehört wir werden mit der Artillerie weitermachen da war noch kein Loch drin ist immer noch kein Loch drin traurig und weg ist er das schafft er nicht ach ich habe nicht getroffen zack 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 ach der ist doch im Haus drinnen wo schieße ich denn hin oh da ist einer hey du Player du Player dort und du kannst du 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 So, jetzt aber. Kai, der Spieler ist hier. Bitte alle nach rechts rüber, Kai. Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade, schade. Hm. How did I... How did I... Ah. Drei Mal verloren heute. Das kann man doch keinem erzählen. Naja, aber war wieder mit einer der besten Spieler. Schön. Trotzdem verloren. Es liegt ja nicht nur an mir, dass ich gut spielen muss. Die anderen hier auch. Stimmt's oder habe ich recht? Bester Spieler aus meinem Team. Ach, ja, 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 ja. Guck mal. Ein Spieler, das sind alle Bots. Gegen zwei Spieler, das sind alle Bots. Ich glaube, der ist auch ein Bot, oder nicht? Du haste... Du haste... Du haste... Du haste... Mal nachschauen. Ich schaue mal nach. Ist es ein Bot, oder nicht? War der bei mir im Team drin, ne? Egal. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei noch nicht so dabei seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss... Bis zum nächsten Mal.